Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir zurück beim Sven. Heute wird es wieder etwas technisch. Wir machen ein Softwarevideo und zwar zu allen euch da draußen, die OBS nutzen und streamen wollen. Vorneweg aber, wenn euch das ganze gefallen hat, würde ich mich riesig über den Daumen freuen, einfach mal um ein bisschen meine Community zu vergrößern, denn ich möchte euch da draußen natürlich helfen. Das hat kein Profit von mir, denn wie ihr schon mitbekommen habt, gibt es bei mir keine Werbung mehr von meinen Videos. Ich habe die Werbung Funktion ausgeschaltet, denn es ist ein reines Hobby von mir und es soll euch helfen. Und dann würde ich sagen, geht es auch gleich nach dem Intro los. Bis dann! So Freunde, herzlich willkommen hier. Es soll auch gleich sofort losgehen. Ich will gar nicht lange schnacken. Ihr kennt es. Ihr wollt streamen, ihr habt das alte OBS und nichts funktioniert. Ihr wollt Twitch alles rein machen, also das heißt, ihr wollt sehen, wer euch abonniert hat, ein kleines GIF drin und so weiter. Und entweder kommt das GIF nicht oder kein Sound vom GIF. Es gibt etliche tausend Videos im Internet und keins hilft euch. Ich habe jetzt die Lösung für euch. Da mein PC leider gequasht ist, musste ich alles neu aufsetzen. Dort habe ich gefunden, dass es das OBS Studios eigentlich gibt, seit dem März dieses Jahres. Und zwar ganz normal auf der OBS Broadcaster Software Seite. Ihr seht die Klassik Version, die alle mal runtergeladen haben. Und jetzt Studios. Schmeißt euer Klassik einfach runter. Ich verspreche euch, Studio ist schneller, einfacher, sicherer und einfach tausendmal geiler zu bedienen. Ihr könnt wieder auswählen, ob Windows 7, 8, 10, Mac OS X, 10 plus 8 oder auf Linux. Einfach raufklicken, Download, Installieren. Ganz wichtig, wenn ihr installiert habt, Neustart. Damit dann auch dieses ganze CLR Browser Zeug wieder funktioniert von Twitch Alerts, genau das gleiche auf diesem Link. Hier für Mac OS X runterladen oder einfach für Windows. Für Windows dann diesen letzten Link klicken und installieren. Auch da wieder wichtig, Neustart. Wenn ihr das getan habt, sollte OBS installiert sein. Und OBS sollte bei euch jetzt so aussehen. Und ihr seht schon, Moment, es sieht komplett anders aus. Ja, es sieht anders aus. Einstellungen sind aber genauso nur noch vielfältiger und geiler. Gerade für Leute mit externer Soundkarte, die mehrere Ausgänge haben. Sehr empfehlenswert, sehr geil. Wie das Ganze funktioniert, einfach mal einen Daumen da lassen. Wenn es genug Leute von euch interessiert, mache ich ein Video dazu, wo ich euch genau aufschlüssele, wie ihr das einzustellen habt, wie ihr was zu machen habt. Und vor allen Dingen auch, für was jeder einzelne Wert eigentlich steht. Denn viele Videos da draußen sagen einfach, ja, ihr müsst den Wert da eintragen und den Richtwert da eintragen. Doch ihr wisst eigentlich gar nicht, warum dieser Wert dort eingetragen werden soll. Vielleicht müsst ihr einen ganz anderen Wert eintragen, weil ihr eine ganz andere Hardware benutzt. Das alles erkläre ich euch in einem anderen Video. Wenn ihr natürlich Bock drauf habt, dann einfach mal einen Daumen da lassen oder ein Abo. Was ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen will, was mega geil ist. Ihr kennt es, wenn ihr mehrere Spieler habt, macht ihr ja mehrere Szenenauswahlen. Jetzt ist es so, wenn ich hier auf hinzufügen klicke, ich mache zum Beispiel eine Fensteraufnahme. Und ich habe eine Fensteraufnahme schon mal irgendwo getätigt, wird die bei existierenden hinzugefügt. Das heißt, ihr müsst nicht das Bild wieder neu raussuchen und auswählen. Nein, es ist schon vorinstalliert in diesem Programm. Anklicken ist sofort drin. Genau das gleiche mit Twitch-Alerts und so weiter. Man musste immer den Link rauskopieren aus der Internetseite, denn da einfügen, das Ganze entfällt. Mega geil, das war es auf jeden Fall zu den neuen OBS. Damit einfach alles einstellen und es funktioniert astrein. Und wie gesagt, Freunde, wollt ihr mehr sehen, lasst den Daumen da und dann gibt es mehr von euch. Wenn nicht, einfach mal die Kommentarbox vergewaltige, wenn ihr noch Fragen habt. Ich kümmere mich darum, um auch dein Problem da draußen zu lösen. Also bis denn. Ciao.